Einst war ich frei, nun bin ich in Gefangenschaft. Doch das werde ich nicht weiter zulassen. Ich werde entkommen. Mein Name ist Tom. Und ich bin ein Apfel. Ach du Scheiße, ein sprechender Apfel? Pssst, sonst hält er uns noch. Also los. Wartet, wartet, ich lebe noch, alles gut, ich bin so gut wie unverletzt. Also weiter. Geschafft, endlich frei. Aua, ich sollte mich in Sicherheit bringen. Wow. Warte mal, ich bin ein Apfel, warum habe ich Augen? Und warum will ich eigentlich frei sein? Äpfel sind schließlich dafür da, dass man sie isst. Damit aus den Kernen neue Bäume wachsen. Ich sollte schnell wieder zurück. Puh. Ach du Scheiße, ein sprechender Apfel. Pssst. Warte, warum habe ich eigentlich einen Mund? Hä? Hä? Wie konnte der Apfel sich beamen? Pssst. Paar. Gesundheits. Ja.